Wechsel im Magazin. Zielobjekt alles gesichert. Bier über die Kante geklotzt hat. Geil. Guten Tag. Es folgt das Wort zum Sonntag. Ich bin Kaplan Matzer. Und ich begrüße meine Schäfchen zu einem Potpourri feinster, gemischter Gefühle. Deine Mutter bewegt sich in diesem Gebiet, Junge. Ja, cheater doch, das dumme Schwein. Oh, er hängt dem Bus an, Junge. Fick, guck mal im Bus. Ich dreh durch, Junge. Sind das Sch***en. Ich hab die Schnauze voll. Was sind das für Arschlöcher, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Sie sind einfach überall. Sie sehen dich immer direkt, Alter. Hör doch auf zu spinnen, Junge. Oh, es schimmelt auf dem Scheiß-Balkon. Diese F***er. Das Verlierer schimmelt hier. Der Unser, nächste Vollspacken. Die sitzen nur oben rum. Die sitzen nur rum, diese Arschlöcher. Was? Bin ich denn hier hochgekommen mit einer Leichtigkeit? Ich stehe unter direktem Beschuss. Nehme ich mal Überdruck. Matze hat auch manchmal Überdruck. Wechsle das Magazin. Ob das als Liegen noch zählt? Der gibt jetzt Ruhe. Hol dir den Marker. Hol dir den Marker. Wechsle das Magazin. Hehehehehe. Yes! Heilige Scheiße! Bei C fuchtet noch einer mit dem Laser-Arm rum. Da kommt die Fett-Gonade. Halt den Schatzschutz! Okay. Ich brauche nur noch einen Kill. So, jetzt bleibe ich hier. Wenn hier so ein Trottel ankommt, springt runter, legt ihn um. Stehe unter direktem Beschuss. Wie sie rumschreit, Alter. Das interessiert ja keinen Schwein. Granate! Ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Aufgabe, Junge. Ja, na ja, gut. Ich hätte auch den hier nehmen können mit der Mütze hier. Und den Klapser. Gucken wir dir da an, Junge. Der sieht aus wie der letzte Napp. Sowas willst du nicht spielen? Alter, guck dir den doch an. Dann nehme ich lieber Rotze. Warte, ich will die Marke holen. Jetzt liegt meine da. Ist mir scheißegal. Scheißegal. Ich voll hier an die Lust. Was soll ich mit 8 Schuss machen? Siehst du? So eine Rotze. Es kotzt mich an. Ja, wenn ich meckere, läuft es immer gut. Ja, war das wieder klar, Alter. Ihr Arschlöcher. Weiber. Wie undankbar können Weiber sein? Ich verstehe es nicht. Ich habe schon meine Aufgaben heute gemacht. Und was meine Frau hat noch zu tun. Was machst du denn? Ich sage, na ja. Ich streame. Ich weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und du bist nur am Zocken. Du machst gar nichts. Wenn ich sowas höre, gar nichts, verstehst du? Da platzt mir auch im Real Life direkt der Arsch weg. Ich sage, ich mache bald gar nichts mehr. Dann kannst du mich mal. Dann mache ich nur noch draußen meins. Und hier drinnen machst du deins. Regt mal auf solche Aussagen. Du machst gar nichts, verstehst du? Du machst es schon, du machst es doch. Und dann heißt es nichts. Alter, dann kann ich es auch komplett alles andere auch sein lassen. Dann mache ich halt nichts. Dann stimmt die Aussage wenigstens. Immer. Kickt. Ja, es kickt mich. Mit dem Trinch, das wird er fallen. Der ist tot. Ja, der ist tot. Alter, sie hat es ja nicht mal. Die hängen ja alle hier. Jetzt muss ich raus, weil ja keiner kommt, Alter. Weil wir alle... Wer ist bloß noch drinnen geblieben? Sebastik, Junge. Sebastik, kommst du rein oder was, Minion? Ich bin hinter dir. Hol dir eine Leiter. Oh, ich dachte, da hockt einer und guckt zu mir. Scheiße, jetzt habe ich nur noch 13 Schuss. So ein... Ey, das sieht aus, als würde einer dastehen. Oh, und derweil ist es nur ein Fass. Oh, jetzt habe ich es wieder verkackt, Alter. Ja, der ist auch nicht übel. Ich freue mich da, das alte Gesicht mal wiederzusehen. Ein 30er. Mann, das wird nichts. Auf die Rade. Ui. Da kommt eine Betäubungsscheißer. Ja. Gleich fliegt er in der Luft, Idiot. Kriege ich mal eine Belohnung dafür? Ich fühle hier irgendwie Schrottassistent oder irgendein Scheiß. Die Uhr fickt. Die Uhr fickt uns. Was da hinten soll einer sein? An was hänge ich denn hier schon wieder? Ein Dreiteufelsnapp. Alter, dass ich den noch gekriegt habe. Der hat Kaplan, Junge. Da war der Herr mit mir. Haha, du blöder Hund. Aber du weißt ja, du machst zwei Kills. Willst noch einen Tritten, bewegst dich über die Map und wirst abgeknallt von irgendeinem Arschloch, der auf irgendeinem Scheißbalkon nur wartet, dass du vorbeigeschissen kommst. Feindbeschuss! Hahaha. Hahaha. Ohohoho. Aller, die wollen's wissen. Stehe unter direktem Beschuss! Ja, deine Mutter, Alter. Die kommt auch gerne von hinten. Schneider. In der wenigsten ist das Wetter... Achso, das hat man ja schon. Nein! Och, komm, halt's Maul! Och nee, Alter, leck mich am Arsch. Oh, ich krieg die Wut, Junge. Ich krieg die Wut. Die nackte, kalte Wut, aber SDW offiziell, Alter. Seine Mutter ist offiziell. Offiziell, Junge. Was? Ich hab vergoldet... Hä? Ich hab vergoldet freigeschaltet? Wie hab ich das geschafft? Das geht doch gar... Was? Naja, mir soll's recht sein. Ich nehm's dankbar an. Verlangs-Koko, Alter. Verlangs-Koko, Alter. Ich war ja nicht fertig drüber. Was für ein beschissener Name. Okay, ich muss schon mal ein guter Anfang. Ich schieße jetzt hier nur noch... ...renne rum und schieße blödsinnig über die Map, Alter. Ja, komm. Gib Gas, Junge, bevor sie alle weg sind. Was war denn das? Hat die sich in Luft aufgelöst, oder was? Ne, sag mal bloß, die haben die abgeschossen, oder was? Dann lach' ich mir ja kaputt. Ich merke sie. Ich kann ihm in die Schnauze scheißen. Mit seinem scheiß Schild. Ich kann ihm sein Schild auf den Fädel schlagen, Junge. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Tagelang. Ob ich das aushalten. Mit einem beschissenen Magazin. Demals zerfetzt. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Dann schça ich mich bei dir. Bis zum Schluss.